Eine Familie zu sein ist nicht immer leicht. Ich bin kein guter Bruder gewesen, oder? Nein, warst du nicht. Aber du hast ja noch Zeit. Man muss an sich arbeiten. Dein Trink muss aufhören. Man muss Kompromisse eingeben. Wieso nimmst du ab, aber ich nicht? Können wir uns bitte einen fettfreien Abend gönnen? Doch wenn man fest zusammenhält... Big Three? Big Three! ...ist es das wert. Das ist Leben. This is Us, die Erfolgsserie geht weiter. Morgen, 21.15 Uhr. ProSieben. ProSieben.